eine Vereinbarung mit einem Belegungsrecht zu verbinden. Vielen Dank noch zu den Ausführungen. Das war quasi die Erläuterung des Bauherrn. Nun braucht jedes Objekt nicht nur ein Bauherr, sondern braucht auch einen Architekten. Der Architekt ist Christian Schaller, der mit seinem Büro dieses Objekt entwickelt hat. Christian, wenn du mal kommst, dann würde ich dir gerne zwei, drei Fragen stellen. Wenn du hier raufkommst, Christian, sehen die Menschen dich noch besser. Das ist ja nicht der erste Bau, den du als Architekt verantwortest. Wie ist der SSM eigentlich als Bauherr? Das ist ein hervorragender Bauherr. Denn wir wollen natürlich immer Bauern haben, mit denen man richtig zusammenarbeiten kann, die auch wissen, was sie wollen. Und dann wollen wir natürlich Bauern haben, die die Rechnung auch immer pünktlich und schnell bezahlen. Und beides ist in diesem Fall der Fall. Nun hast du die Pläne, die sind ja da ausgehängt. Also es wird hier eine große Halle von etwa, wie viel ist das, 200 Quadratmeter? Ja. Und darüber Wohnungen. Das sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Pläne sind es sechs einzelne Zimmer und zweimal Sanitäreinrichtungen und zweimal Kücheneinrichtungen und jeweils eine Treppe von außen. Das Ganze aus Beton, aus Fertigbetonteilen. Deswegen ja auch die Ansage im Mai soll richtfest sein. Warum Beton? Ja, das entspringt eben dieser engen Zusammenarbeit mit dem Rainer Kippe. Denn der hatte die Idee, es darf nur 217.000 Euro alles in allem kosten. Und der Rohbau natürlich eigentlich noch viel weniger. Also die Hälfte eigentlich. Und dazu waren alle Holzbauweisen, die wir natürlich so als neue Architekten, ökologisch und sonst wie gerne hätten, die waren da viel zu teuer. Und der Rainer hatte außerdem den Wunsch, etwas für die Ewigkeit zu bauen. Und das ist natürlich mit so einem massiven Betonbau eigentlich ziemlich gewährleistet. Und wenn es dann nach dem Richtfest in die zweite Runde geht, den Innenausbau, wollen die Mieter des SSM vieles in Eigenregie machen. Ja, also das Konzept ist ja so ein bisschen zu sagen, die anfällige Hülle, auf die es ja auch wirklich ankommt, wenn man auf Dauer bauen will, erfordert natürlich auch, dass die Fassade eigentlich hinterher professionell errichtet wird. Und dann, wenn man mit der Selbsthilfe eigentlich dann im Innern anfängt. Wir haben das ja auch schon anders gemacht. Wir haben ja in Kurweiler mit Bausteine Erden gebaut. Da haben die fast alles selbst gebaut. Aber das ist ja hier doch nicht Bausteine Erden. Und es soll ja auch schnell gehen und es ist ja zum Schluss auch eine Verantwortung für alle Beteiligten, dass wir nicht lauter Schadensfälle über die Jahre uns in Atem halten. Soweit der Architekt. Vielen Dank, Christian Schaller. Nun... Applaus Vielen Dank, Christian Schaller. Vielen Dank, Christian Schaller.